Hi, grüßt euch. Kommt einfach mal rein. Ich mache mit euch eine kleine Rundtour. Was willst du alles haben? Ich fange hier an mit unserem Ritualschmuck für Sternzeichen, Thor's Hammer, was auch das Herz begehrt. Was ich nicht habe, ich besorge es. Garantiert. Ihr müsstet nur genau beschreiben. Ich mache das. So, dann kommt mal weiter. Wir haben noch viel mehr zu bieten. Wir haben auch eine schöne Mittelaltergeschichte. Das Zeughaus. Kommt mal mit. Wir gehen hier in das Zeughaus rein. Guckt euch mal die Meht an. Ich habe eine Riesenauswahl an Meht. Von süß bis sauer bis scharf. Alles, was euer Gaumen haben möchte. Ich habe es da. Müsst ihr nur mal probieren. Habt den Mut. Trinkt mal. Wir haben hier auch noch esoterisch aus. Kommt mal rein. Und zwar Mörst und Süßburgs größte Bräucherstäbchenauswahl. Riesenauswahl. Über 200 verschiedene Sorten. Ihr findet das, was ihr braucht. Oder eben halt auch mal was Schönes zu meditieren. Und zwar die Backflow-Geschichten. Das heißt, ich stelle da oben ein Zäpfchen drauf und dann fällt der Rauch hier runter. Wunderbar. Zuschauen und meditativ sein und danach gut gelaunt. Unsere Ritualecke geht noch weiter. Ich habe hier alles, was zur Lebensberatung nötig ist. Sprich, die Kartengeschichten, Tarot, Selbstheilung, Karten des Lebens und so weiter. Diese ganzen Sachen. Ihr wisst, was ich meine. Auch die entsprechenden Lektürebücher. Die haben es da. Oder eben halt Pendeln. Ein großes Pendelset. Schaut euch das mal an. Da sind echt geile Sachen bei. Und die Dinger funktionieren. Dann nehme ich euch jetzt mal mit in unserer Head & Grow Abteilung. Ihr wisst, zu Hause Pflanzen und Kräuter anbauen, wie Salbei oder sowas, kriegt man nicht eher Zeit. Der Schamane braucht das. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Kommt mal mit rein in unsere Ecke hier. Die Dinger habt ihr alle noch gar nicht gesehen. Günstliche Sonnen. Alles, was man braucht, um anzupflanzen zu Hause. Ob jetzt hier die verschiedensten Medien, sprich Erde, Substrate, was nicht alles, was das Herz begehrt. Es ist alles vorhanden. Also wenn ich euer Interesse geweckt habe und ihr also sagt, da muss ich mal hin. Ich bin da. Ich warte auf euch. Ihr seid herzlich willkommen in meinem kleinen Reich. Lasst euch die Wunder gut tun.